Wie muss ich eigentlich auf YouTube meine Thumbnails optimieren? Und insbesondere, wenn du Selbstständiger oder Unternehmer bist, dann gibt es da einige Sachen zu beachten, wenn du jetzt nicht nur Reichweite aufbauen möchtest, sondern wenn du auch Kunden gewinnen willst. Und zwar so fast alle klassischen Tipps, die du irgendwo im Internet hörst, sind problematisch oder falsch. Schauen wir uns die einfach mal der Reihe nach an. Also was man häufig hört, um eben eine große Reichweite aufzubauen, dass man auf seinen Thumbnails irgendwie Kremassen schneiden soll oder so emotionale Gesichter zeigen soll. Und das kann zwar für Reichweite funktionieren, aber es wirkt natürlich auch unseriös. Wenn du Kunden gewinnen möchtest, ist es eine ganz schlechte Idee, einfach dieses Gesicht so zu verzerren. Davon raten wir pauschal ab. Also das ist keine gute Idee. Dann der nächste klassische Tipp, der ebenfalls problematisch ist, da geht es dann darum, einfach so mit viel Text zu arbeiten oder großen Text auf seine Thumbnails draufzuschreiben. Und das ist ganz offensichtlich falsch und dazu können wir mal ein kurzes Gedankenexperiment machen. Also stell dir einfach mal vor, du würdest auf YouTube gehen, aber es würde keine Thumbnails geben, sondern es würde einfach immer nur der Titel dastehen. Also du hättest quasi einfach nur eine lange Liste an Titeln. Dann würde es dir ja wahnsinnig schwerfallen, dir irgendein Video rauszusuchen, für das, das du dich jetzt in diesem Moment begeistern kannst, das du jetzt in diesem Moment sehen möchtest. Also es gibt einen ganz, ganz guten Grund, dass Thumbnails Bilder sind und kein Text. So und wenn du jetzt einfach lauter Text in ein Thumbnail reinschreibst, dann machst du das kaputt, was dieses Thumbnail eben auszeichnet, eben dass das ein Bild ist. Also das heißt, viel oder großen Text da reinzuschreiben, ist eine ganz schlechte Idee. Das macht den größten Vorteil, den du hast, sodass du mit Bildern arbeiten kannst, einfach direkt kaputt. Dann, was haben wir noch? Dass, ja, gut Clickbait gemacht wird. Also Clickbait ist sowieso pauschal eine richtig, richtig schlechte Idee, weil, also es kann einmal gut funktionieren, dass du einmal dann ein paar mehr Klicks bekommst. Aber langfristig zahlt sich das niemals aus, weil du führst ja deine Zuschauer hinters Licht. Du versprichst ihnen irgendetwas, was du dann nicht wirklich lieferst. Und das sorgt einfach nur für frustrierte Zuschauer. Und, also, damit machst du deinen Ruf kaputt, damit gewinnst du keine Kunden. Also niemals Clickbait verwenden. Also davon raten wir ab, niemals machen bitte. Dann, was haben wir noch? Überladene Thumbnails. Das ist auch so eine Sache, was sich viele Leute dann fragen. So, was kann ich denn noch draufpacken, damit meine Thumbnails irgendwie besser sind? Und dann werden da noch, wird vielleicht ein Emoji draufgepackt und dann kommt da noch irgendwie so ein roter Pfeil dazu und dann noch ein bisschen mehr Text und dann irgendwie noch irgendwie ein Gesicht mit draufpacken. Und auf einmal sind diese Thumbnails so voll, dass man gar nicht mehr erkennen kann, um was es eigentlich geht. Also das zerstört die Thumbnails auch und dann funktionieren die nicht mehr. Dann kommen da keine Klicks rum. Und dann einer, ja möglicherweise sogar der größte Fehler, wenn dein Ziel ist, Reichweite aufzubauen. Dann ist es ja so, also gerade viele Unternehmer, Selbstständige, die versuchen so ein einheitliches Design auf ihrem Kanal wiederzuspiegeln. Also dass die Videos halt dann immer gleich aussehen. Zum Beispiel die Company-Farben haben oder also dass dann immer so das Logo mit drauf muss, dass es immer nach dem gleichen Stil aufgebaut sein muss. Aber wenn du dir mal überlegst, wenn dein Ziel ja Reichweite ist, dann brauchst du diesen Wiedererkennungswert ja nicht, weil du produzierst ihn nicht für die Zuschauer, die dich schon mal gesehen haben, sondern du produzierst ja für komplett neue Leute. Also Leute, die dich noch nicht kennen und die wissen ja nichts von deinem einheitlichen Stil. Also das heißt, dieser einheitliche Stil, den pauschal da über deine Thumbnails zu stülpen, ist eine schlechte Idee. Sondern du musst erst mal schauen, wie kann ich meine Thumbnails denn so gestalten, dass Leute überhaupt drauf klicken wollen. Also das ist die richtige Reihenfolge. So, also das sind wirklich die häufigsten Fehler, die wir sehen. Und weil einfach dazu immer so viele Tipps gegeben werden. Und das Ende vom Lead ist halt dann, dass man zwar viel Zeit, viel Mühe reinsteckt, aber das Ergebnis zahlt sich nicht aus. Das heißt, du kriegst halt dann einfach nicht so viele Klicks, wie du gerne hättest. Die Abonnenten bleiben aus und Kunden kommen auch nicht. Und ich kann mich ja noch selber erinnern, wie das bei mir war, als ich versucht habe, diesen Kanal, also Logic Lemon, aufzubauen. Es war einfach wahnsinnig frustrierend, weil ich auf diese klassischen Tipps gehört habe. Und es ist einfach nichts passiert. Es hat einfach nicht funktioniert, diesen Kanal voranzutreiben. Ja, aber dieser ganze Frust, der muss nicht sein. Und zwar bleiben wir direkt beim Beispiel. Also unser eigener Kanal, der hat jetzt einige hunderttausend Abonnenten. Die Videos haben teilweise, also haben in der Regel hunderttausende Klicks, teilweise sogar Millionen Klicks. Und wir machen nichts von diesen klassischen Ratschlägen. Ja, wir haben nicht irgendwie irgendwelche emotionalen Gesichter drauf. Wir arbeiten nicht mit viel Text. Wir verwenden kein Clickbait. So, alle diese klassischen Tipps verwenden wir nicht. Und gerade deswegen hat es so gut funktioniert. Und bei unseren Kunden, also das ist ja kein einmaliger Fall, bei unseren Kunden sehen wir das ja auch immer wieder. Also Stand jetzt, wo ich gerade dieses Video aufnehme, haben wir mittlerweile über, also weit über 200 Kunden. Und bei denen funktioniert das ja auch. Also das heißt, klassische Tipps funktionieren nicht, sondern man muss es anders machen. Und zwar geht es folgendermaßen. Also diese pauschalen Tipps, die funktionieren nicht, die können auch gar nicht funktionieren, sondern das, was wirklich funktioniert, das sind Prinzipien. Und zwar, also was bedeutet das? Das ist richtig spannend. Du musst dir eigentlich nur überlegen, also wozu gibt es eigentlich ein Thumbnail? Also was ist denn die Funktion davon? Also stell dir einfach mal vor, du gehst jetzt auf YouTube und auf der Startseite, da werden dir irgendwie so acht Videos angezeigt. So, jetzt möchtest du ja, dass ein Zuschauer, der das sieht, auf dein Video klickt. Und das funktioniert so, indem er, also indem dein Video am meisten auffällt, also indem sein Blick da drauf fällt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf dein Video klickt, natürlich auch besonders hoch. So, und jetzt ist die Frage, wie kannst du dich denn abheben? Was musst du denn tun, damit er zuerst auf dein Video guckt? So, und da kommt jetzt der spannende Punkt. Du musst irgendwie anders sein. Du musst einen Kontrast zu allen anderen Videos bilden. Und das funktioniert dann, wenn du genau das Gegenteil von dem tust, was alle anderen tun. Also das heißt, du darfst dich nicht orientieren, was machen meine Mitbewerber oder was machen große Kanäle in meiner Nische. Das ist genau das, was du nicht tun darfst. Das ist ja das, was nicht funktioniert. Sondern du musst dir überlegen, was kann ich denn neu machen? Was ist denn anders? Und also das ist ein Beispiel für ein Prinzip. Das ist kein pauschaler Tipp, sondern du musst dir halt deinen individuellen Markt anschauen und dann überlegen, okay, wie kann ich das jetzt drehen? Wie kann ich es neu machen? Und es gibt einfach so eine Handvoll von diesen Prinzipien, die musst du einfach kennen, weil nur dann kannst du Thumbnails bauen, die wirklich funktionieren, also die dir wirklich mal Klicks bringen, die dir wirklich diese Reichweite bringen, die dir Kunden bringen. Und wenn dich das interessiert, dann geh einfach auf unsere Website, auf logicalemon.de such dir da mal einen Termin aus für ein Gespräch, dann können wir uns da unterhalten und dann können wir einfach schauen, wie genau du diese Prinzipien jetzt in deiner Situation anwenden musst, damit du auch eben mal diese Reichweite, diese Klicks, diese Abonnenten und diese Kundenanfragen über deinen YouTube-Kanal gewinnen kannst. Vielen Dank! Also, können wir uns daenspärisch